Wie fandest du den Auftritt bislang? Aber geil! Ja, geil! Wie fandest du den Auftritt bislang? Ja, nee, die brauchen wir nicht, oder? Ein Vegaburger. Ich glaube, ich nehme ein kleines Mineralwasser. Das waren drei Sätze. Ach, nee, und einen? Das sind so drei Sätze haben wir noch. Jeden Sätze haben wir noch? Drei, man! Zeigt alle drei. Zum Beispiel Rock'n'Roller, der Song, der im, wann törflichen wir den? Mitte, Sommer, Mitte? Mittsommer. Mittsommer. Und wie warst du das lange in den Abgriff? Der war sehr cool. Also das haben wir schon mal im Soundcheck gesehen. Denn das hier eindeutig ist die beste Bandzeit, eindeutig! Ja, das ist ein Song, der basiert halt auf der wahren Geschichte. Da hat jemand getanzt. Und zwar war das so, im Zweiten Weltkrieg gab es halt diesen Rock'n'Roller. So, damit ist der Podcast zu Ende. Ich wiederhole. okay el.